Was ist das denn für ein Glibber? Die Rolle von Biofilm in der Wundversorgung. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Draco-Videoblogs. Ich bin Jenny, ich bin eine der Moderatorinnen in der professionellen Wundversorgung bei Draco. Bei der Versorgung von chronischen Wunden begegnen uns immer wieder mal zähe, schleimige Belege. Dieser Belag ist Biofilm und hier stellt sich dann natürlich die Frage, sollte ich diesen Biofilm entfernen und dann natürlich auch wie und warum vor allem. Woher kommt jetzt aber dieser Biofilm? Er wird grundsätzlich gebildet von Keimen, die sich angesiedelt haben. Und überall auf unserer Haut finden wir natürlich eine gewisse Keimflora und auch in der Wunde werden wir immer Keime finden. Die auch in der Regel kein Problem verursachen, wenn es eine geringe Anzahl ist und vor allem, wenn es Keime sind, die dem Körper schon bekannt sind. Schwierig wird es jedoch, wenn sich die Keimzahl erhöht und es kommt auch ganz häufig dazu, dass Keime untereinander kommunizieren können. Das heißt, es kommen immer mehr Keime in die Wunde, dazu auch teilweise andere Arten an Keimen und diese siedeln sich in der Wunde an und bilden um sich herum eine Schleimmatrix aus. Diese Schleimmatrix dient den Keimen zum einen als Nährstoff, aber zum anderen schirmt es sie auch ab. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen desinfizierenden Maßnahmen daherkomme, dann kann ich die Keime in diesem Schleim nicht abtöten. Ich muss also etwas härtere Geschütze auffahren. Ich kann das auch in der Regel nicht einfach wegwischen. Ich habe Ihnen hier ein kleines Beispiel mitgebracht, wo Sie eine Wunde sehen können mit einem Biofilm. Und man kann hier sehr gut sehen, dass dieser wirklich sehr zäh und auch fest an der Wunde haftet. Hier wird also ein mechanisches Debridement mit einer Kompresse nicht reichen. Ich werde also eher mit einem scharfen Löffel oder aber einer Ringkürette arbeiten müssen. Hier ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich das vorsichtig mache, um nicht den intakten Wundgrund zu verletzen. Und vor allem muss ich dieses Prozedere bei jedem Verbandwechsel wiederholen, denn die Keime sind ja nicht mit einem Mal weg und können den Biofilm auch immer wieder erneuern. Wenn ich das jetzt getan habe, ist es natürlich wichtig, dass ich auch eine Desinfektion hinterher mache. Die Keime sind ja jetzt nicht mehr so gut von ihrem Biofilm, ihrer Schleimmatrix geschützt und ich kann sie mit einem Desinfektionsmittel erreichen. Zusätzlich kann es auch erforderlich und sinnvoll sein, mit einem antimikrobiellen Wundprodukt zu arbeiten. Auch wenn es nicht immer einfach ist, den Biofilm sofort und beim ersten Mal zu entfernen, sollten wir es auf jeden Fall immer wieder bei jedem Verbandwechsel versuchen. Denn der Biofilm haftet sehr fest auf der Wunde und verschließt den Wundgrund quasi wie ein Deckel. Und in dem Fall ist es gar nicht mehr richtig möglich, für die neuen Zellen in die Wunde einzuwandern und die Wunde somit auch verschließen zu können. Ich fasse die wichtigsten Punkte noch einmal für Sie zusammen. Der Biofilm wird von den angesiedelten Keimen in der Wunde gebildet und er stört in jedem Fall die Wundheilung, weswegen er entfernt werden sollte aus der Wunde. Dies ist jedoch nicht möglich, indem man ihn wegdesinfizieren oder wegspülen kann, sondern man muss es mit einem mechanischen oder noch besser chirurgischen Debredement versuchen, mit einer Ringkürette oder einem scharfen Löffel zum Beispiel. Sollten Sie noch Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an videoblog.draco.de. Wenn Sie keine unserer kommenden Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie gern auch unseren YouTube-Kanal. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich Sie auch in unserer nächsten Folge wieder begrüßen darf, wenn es um das Thema chronische Wunde und Ernährung gehen wird. Vielen Dank und bis bald!